Dieser Flug war illegal und beim Startabsturz kamen Musikstar Aliyah sowie alle weiteren Insassen ums Leben. Dies ist die Geschichte eines Piloten, der niemals hätte fliegen dürfen, der Lügen, die verbreitet wurden und der erschütternden Details des illegalen Flugs, der zu dieser furchtbaren Tragödie führte. Mein Name ist Hoover, willkommen zu Ihrem ausführlichen Piloten-Debriefing. Unsere Geschichte beginnt am Nachmittag des 25. August 2001, als Aliyah und sieben Passagiere ein Privatflugzeug bestiegen, um von Marsh Harbor, Bahamas nach Miami, Florida zurückzukehren. Sie ahnten nicht, dass ihnen nur noch Minuten zu leben blieben. Kurz nach dem Start sahen Zeugen, wie das Flugzeug steil aufstieg. Nur Koyer, die zwölf Meter hoch kam, dann kippte, abstürzte und im Sumpf zerschellte, wo es Feuer fing. Alle Insassen starben. Aliyah Dana Houghton, bekannt als Königin des Urban Pop, war eine aufstrebende Sängerin und Schauspielerin. Sie hatte im Juli 2001 ihr Album veröffentlicht und drehte auf den Bahamas das Video zu Rock the Boat. Es ist wichtig zu bedenken, dass neben Aliyahs tragischem Tod auch sieben weitere Teammitglieder ihr Leben verloren. Und ihr Leben war genauso wertvoll. Zu Aliyahs Begleitung gehörten der Friseur Eric Foreman und Anthony Dodd, ihr Bodyguard, der Stylist Scott Gallen, der Videograf Douglas Kratz, sowie die Musikmanager Keith Wallace und Gina Smith. Um zu verstehen, warum der Flug illegal war und nie hätte stattfinden dürfen, müssen wir zunächst über das einzige Opfer sprechen, über das wir noch nicht gesprochen haben. Und das war der Mann am Steuer beim Absturz. Der Pilot. Der 30-jährige Kapitän Luis Morales steuerte das Flugzeug, das abstürzte. Seine Flugausbildung startete er 1985 und 1999 erhielt er seine Privatpilotenlizenz. Nach rund 350 Flugstunden bekam er im September 2000 seine kommerzielle Lizenz sowie die Berechtigung für mehr Motorenflugzeuge. Um Erfahrung zu sammeln, arbeitete Luis für Flugzeit ohne Bezahlung. Innerhalb von sieben Monaten bis Juli 2001 erreichte er IO-1100 Flugstunden. An diesem Punkt nimmt die Geschichte eine wirklich interessante Wendung. Während er Flugstunden sammelte, wurde er in sieben Monaten zweimal verhaftet. Im November 2000 versuchte er gestohlene Flugzeugteile im Wert von 345 Dollar zurückzugeben und wurde gefasst. Am 7. Juli stoppte ihn die Polizei wegen eines ignorierten Stoppschildes und entdeckte Risskokain in seinem Wagen. Luis gab zu, er wollte Kokain für einen Freund kaufen. Wenn sie sich wundern, wie jemand wie er weiterfliegen darf, Piloten müssen Verurteilungen wegen Alkohol oder Drogen innerhalb von 60 Tagen selbst melden. Und technisch gesehen befand sich Luis zum Zeitpunkt des Absturzes noch innerhalb des 60-Tage-Zeitraums, hatte sich jedoch noch nicht selbst gemeldet. Ich bin mir nicht sicher, was Luis sich dabei gedacht hat, aber wenige Wochen nach seiner Festnahme begannen die Dinge schnell außer Kontrolle zu geraten. Im Vorfeld des Absturzes lockte Luis über einen Zeitraum von 19 Tagen vom 29. Juli bis zum 17. August mehrere Flüge für zusätzliche 490 Flugstunden. Und wenn sie nachrechnen, ist das unmöglich, denn das sind fast 26 Stunden pro Tag. In dieser Zeit musste Luis, um für eine private Chartergesellschaft zu fliegen, einen sogenannten Part 123-Check-Flug bestehen, der von einem Prüfer der FAA durchgeführt wird. Dieser Prüfer soll im Rahmen dieses Prozesses auch das Flugbuch überprüfen. Der besagte Check-Flug mit der Fluggesellschaft Golden Airlines ereignete sich am 13. August, lediglich zwölf Tage vor der tragischen Ereignisse. Interessanterweise war der 13. August auch der Tag, an dem Luis vor Gericht trat und sich in Bezug auf Anklagen wegen Kokainbesitzes und Handels mit gestohlenem Gut für nicht schuldig erklärte. Da es sein erstes Vergehen war, verhängte der Richter eine Bewährungsstrafe und legte fest, dass Luis, solange er einen kontinuierlichen Nachweis von Gehaltseingängen erbringen könne, nicht von den Bewährungsbeamten bei seinem Arbeitgeber überprüft werden sollte. Dies ist vermutlich der Grund, warum niemand vor dem Absturz von seiner prekären Lage wusste. Es ist anzunehmen, dass Luis das Gerichtsgebäude verließ und entschied, dass er dringend Maßnahmen ergreifen musste. Ich glaube, er simulierte den FAA-Überprüfungsflug, da die Unterschrift des Prüfers auf dem Dokument fehlte, wie Ermittler feststellten. Am 23. August, nur zwei Tage vor dem Unglück, heuerte Black Hawk International Airways Luis an. Sein erster Auftrag war, das Flugzeug zu fliegen, das Aliyah und ihr Team von den Bahamas nach Miami zurückbringen sollte. Das Flugzeug, in dem die Sängerin Aliyah und ihre Begleiter am Tag des tragischen Absturzes saßen, war eine Cessna 402B, Baujahr 1976, die im Eigentum und unter dem Betrieb von Black Hawk International Airways stand. Unglücklicherweise wurden die Wartungsbücher des Flugzeugs den ermittelnden Behörden nie vorgelegt, was es unmöglich machte, die Wartungshistorie, das Datum der letzten Motorüberholung oder den Zeitpunkt der letzten Inspektion zu überprüfen. Was jedoch bekannt ist, noch bevor das Flugzeug abhob, musste der Pilot eine Kiste verwenden, um die Tür am hinteren Kabinenbereich zu stützen, da die Kabelstützen dafür gebrochen waren. Zudem berichteten Augenzeugen, dass der Pilot Schwierigkeiten beim Starten der Motorin hatte, die Fehlzündungen aufwiesen und unruhig liefen. Ticknisch gesehen könnte dies auf einen Pilotenfehler hindeuten, doch die Wahrheit ist, dass die Ermittler keine schwerwiegenden Motorprobleme feststellen konnten, die den Absturz verursacht haben könnten. Allerdings war das Kraftstoffkontrollsystem des linken Motors teilweise mit Flusen verstopft und die Kraftstofffilter beider Motoren waren mit Rost und Schmutz verunreinigt, was auf mangelnde Wartung des Flugzeugs hindeutete. Black Hawk International Airways, verantwortlich für die Instandhaltung, besaß eine FAA-Zulassung für den Betrieb unter dem Part 135 Single Pilot Operations Certificate, was Werbung und das Berechnen von Passagierflügen erlaubte. Jedoch hatte die FAA nur den Eigentümer, Gilbert Schacone, als Piloten für diese Flüge genehmigt. Als Black Hawk Lewis für den Flug engagierte, verstießen sie gegen FAA-Vorschriften, da sie nicht mehr als Einzelpilotenbetrieb agierten. Als ob das nicht schlimm genug wäre, kam heraus, dass Black Hawk International Airways zum Zeitpunkt des Absturzes nicht von der bahamaischen Luftfahrtbehörde für kommerzielle Flüge auf den Bahamas autorisiert war. Die Ermittler konnten nicht klären, ob der Pilot einen Flugplan eingereicht hatte. Es fehlten auch Aufzeichnungen darüber, ob er während des Fluges zur Abholung der Passagiere mit der Flugsicherung kommuniziert hatte. So bleibt ungewiss, wie Lewis das Flugzeug ohne Rückfragen auf die Bahamas fliegen konnte. Alle Reisevorbereitungen wurden von der Atlantic Flight Group getroffen. Man kann sie sich wie ein persönliches Reisebüro vorstellen, das sich um alle Fracht- und Passagierflüge für die Reise kümmert. Auf sie verließ sich Alia und ihr Team, um diese Flüge zu buchen und sicher auf die Bahamas und zurück zu gelangen. Als sie auf die Bahamas flogen, wurde der Flug über eine Firma namens Sky Limo gebucht, die rund um die Uhr Flugzeuge und Piloten bereit hielt. Ursprünglich plante, Sky Limo, Alia und ihr Team am Samstag zurückzufliegen, aber jemand rief an und teilte ihnen mit, dass sich die Produktion verzögerte und sie erst am Sonntag benötigt würden. Wie es das Schicksal wollte, wurde die Videoproduktion jedoch bereits am Samstag fertiggestellt und obwohl Sky Limo Flugzeuge nur eine Stunde entfernt in Bereitschaft hatte, rief niemand an. Stattdessen kontaktierte die Atlantic Flight Group Black Hawk International Airways und manche spekulieren, dass diese Entscheidung getroffen wurde, weil das Flugzeug von Black Hawk billiger war, was bedeutete, dass sie etwas Geld bei den Reisekosten sparen würden. Doch unabhängig vom Grund, so kam es, dass Luis jenen Nachmittag auf den Bahamas landete. Luis sollte alle um 16.30 Uhr abholen, leider traf er jedoch erst fast zwei Stunden später ein. Diejenigen, die Alia nahestanden, wussten, dass sie eine nervöse Fliegerin war, also machte die Verzögerung ihre Angst nicht gerade besser. Und als Luis landete und sie das Flugzeug sah, da wusste sie, dass etwas nicht stimmte. Sehen Sie, als Alia auf die Bahamas flog, waren sie mit einer Fährtschalt Metro 3 geflogen, die bis zu 19 Passagiere befördern kann. Die Cessna 402B, die Luis flog, hatte hinten nur sieben Sitze. Zu wenig für die acht Passagiere. Deshalb musste ein Crewmitglied von Alia vorne auf dem Co-Pilotensitz Platz nehmen, um den Flug zu ermöglichen. Luis wurde offenbar dabei beobachtet und gehört, wie er mit den Passagieren wegen Überladung durch zu viele Personen und zu viel Gepäck stritt. Die Gruppe bestehnt jedoch darauf, bezahlt zu haben und verlangte, noch am selben Abend nach Miami zu fliegen. Drei Punkte sind hierbei besonders erwähnenswert. Erstens, es ist gut, dass Luis bemerkte, sie könnten überladen sein und sprach es an. Als Pilot trägst du die Verantwortung für die Passagiersicherheit und musst gegebenenfalls Nein sagen, selbst wenn du dadurch deinen Job riskierst. Zweitens konnte Luis aufgrund seiner rechtlichen Probleme, die ihn bald einholen würden, seinen Job nicht wirklich riskieren. Drittens, obwohl Luis sich des Risikos bewusst war, gibt es keine Belege, dass er das Gepäck- oder Passagiergewicht überprüft hat, um das Gesamtgewicht und die Balance der Cessna 402 vor dem Start zu berechnen. Das Flugzeug hatte ein maximales Startgewicht von 2851 Kilogramm. Hätte Luis die Zahlen geprüft, hätte er sehen müssen, dass sie 427 Kilogramm über dem Limit lagen. Das erklärt jedoch nicht, warum sie abgestürzt sind. Wir haben auch die drei anderen schockierenden Enthüllungen nach dem Absturz noch nicht besprochen. Luis machte das Flugzeug startklar und rollte dann zur Startbahn. Die Untersuchung ergab, dass Luis wahrscheinlich nicht die Checkliste benutzt hat, denn die Trimmklappe des Querruders war ganz nach rechts eingestellt. Die Rudertrimmung war voll nach links eingestellt und die Höhenrudertrimmung ganz nach unten. Das würde das Fliegen des Flugzeugs erheblich erschweren, denn all diese Einstellungen hätten für den Start in Neutralstellung sein sollen. Und die Checkliste hätte ihn daran erinnert. In der Checkliste steht auch, dass die Klappen zum Start hochgefahren sein sollten. Doch das Wrack zeigte, dass die Klappen auf 15 Grad eingestellt waren, was ihnen auch nicht half. Als das Flugzeug auf der Startbahn beschleunigte und Luis die Steuerung nach hinten zog, hoben sie ab und begannen fast sofort einen steilen Steigflug. Als die Nase höher in die Luft stieg, begann die Fluggeschwindigkeit zu sinken. Und als das Flugzeug den kritischen Anstellwinkel überschritt, geriet es ins Trudeln, kippte nach links und stürzte mit der Nase voran zu Boden und fing Feuer. Ich sollte erwähnen, dass drei Personen den Absturz zunächst überlebten, aber kurz darauf verstarben. Scott Galin, der Leibwächter, war einer von ihnen. Und bevor er starb, fragte er wiederholt nach Alias Zustand. Bevor wir die Absturzursache analysieren, sollten Sie drei schockierende Fakten über die Tragödie kennen. Erstens, Black Hawk International Airways hatte eigentlich eine Cessna 404 Titan mit einem maximalen Startgewicht von rund 3.800 Zoll Kilogramm für den Flug vorbereitet, nicht die geflogene Cessna 402 mit etwa 2.850 Kilogramm. Aus unbekannten Gründen wählte Herr Chaconet jedoch kurzfristig das kleinere Modell, die Cessna 402. Wäre dies nicht geschehen, könnten alle Beteiligten heute noch leben. Zweitens, Alia wollte das Flugzeug nicht besteigen, da sie erkannte, dass es zu klein für alle samt Gepäck war. Statt zu diskutieren, behauptete sie, Kopfschmerzen zu haben und ein Nickerchen machen zu wollen. Also stieg sie in das Taxi, das sie zum Flughafen brachte. Jemand aus ihrem Team gab ihr eine Tablette, um ihr Befinden zu verbessern. Es war wohl ein Beruhigungsmittel, denn Alia schlief schnell ein und wurde bewusstlos ins Flugzeug getragen. Beim Absturz war sie vermutlich noch ohnmächtig. Zudem zeigte die Autopsie, dass Louis Kokain und Alkohol konsumiert hatte. Ohne diese Substanzen hätte er vielleicht bessere Entscheidungen getroffen. Er hatte nicht nur versäumt, das Gewicht des Flugzeugs zu berechnen, sondern auch die Balance oder den Schwerpunkt zu berücksichtigen. Die Sitzposition der Passagiere war entscheidend. Zeugen sahen, wie zwei besonders schwere Gruppenmitglieder, jeder rund 136 Kilogramm, zuerst einstiegen und hinten Platz nahmen. Dies trug wahrscheinlich dazu bei, dass der Schwerpunkt des Flugzeugs 11,2 Zentimeter hinter dem Limit lag. Wären diese Männer vorne gesessen, hätte sich der Schwerpunkt anders verteilt, was möglicherweise ein Absturzrisiko verringert hätte. Zudem war der Flug illegal. Die einzige Person, die Vernunft zeigte, war Alia. Sie erkannte, dass es keine gute Idee war, in das Flugzeug zu steigen. Doch jemand betäubte sie und brachte sie an Bord, was ihren Tod zur Folge hatte. Es war eine schreckliche Tragödie mit neun Toten, die nie hätte geschehen dürfen. Wenn Ihnen dieses Briefing gefallen hat, schauen Sie sich weitere auf dem Kanal an. Bis zum nächsten Mal.